Hallo, willkommen zur Folge 3. Im letzten Podcast oder in der letzten Episode waren wir beim Suchnetzwerk stehen geblieben und in der Infografik, die ich da mal erstellt habe, gibt es eben auf der linken Seite das Suchnetzwerk, wozu Google Shopping gehört, wozu die Keyword-basierten Kampagnen gehören, sowohl in der Google-Suche als auch bei Suchnetzwerkpartnern wie t-online.de und auf der rechten Seite das Display-Netzwerk. Das wird oftmals mit GDN abgekürzt, also das Google Display Network und dazu gehören Millionen von Webseiten. Also du kannst Werbung über Google Ads auf Millionen von Webseiten schalten, die eben nicht google.de, google.fr und so weiter sind. Und eins der größten Netzwerke darin ist zum einen YouTube. Also YouTube ist Teil des Google Display Netzwerks, zum Teil auch von Suchpartner. Aber halt vor allem Display Netzwerk und du kannst das komplett über Google Ads steuern. Gibt bei YouTube nur ein paar Ausnahmen wie Startseiten, Werbung, die kannst du nur bei Google direkt buchen. Aber vorgeschaltete Videos, Werbebanner, die rechts neben dem Video platziert sind, kleine Anzeigen, also Textanzeigen, die innerhalb des Videos geschaltet werden können. Das kannst du komplett selbstständig über Google Ads aussteuern. Auch dazu können wir gerne später mal eine Folge machen. YouTube, wie gesagt, ein Teil des Display Netzwerkes, dann ist Google AdSense. Im Prinzip eine Art des Affiliate Marketings von Google. Das bedeutet, jeder Webseitenbetreiber kann mit Google AdSense, mit einer kostenlosen Anmeldung Werbung für oder Werbeplätze für Google bereitstellen. Und Google übernimmt dann eben komplett die Aussteuerung, was der Nutzer auf deiner Webseite an Werbung sieht. Also das kann dann eben basieren auf Interessen, auf Demografie, auf Standort, auf Thema deiner Webseite, auf Remarketing, also was hat der Nutzer sich vorher schon einmal angeschaut. Alles Themen und Begriffe, zu denen wir immer noch im Detail kommen. Das heißt, wenn du jetzt bei dem einen oder anderen Begriff noch nicht sofort was mit anfangen kannst, keine Sorge, werde nicht nervös. Das werden wir alles im Laufe der Zeit immer weiter noch beleuchten. Sobald das dann ein Thema wird, werde ich dir das alles noch genauer erklären und etwas ausführlicher. Ja, Google AdSense sozusagen als große, schnelle Verbreitung. Du kannst generell mit dem Display-Netzwerk alleine in Deutschland theoretisch 96% aller Internetnutzer erreichen, nur über das Google Display-Netzwerk. Und einen großen Anteil davon hat eben dieses Google AdSense Partnerprogramm, wo jeder Webseitenbetreiber gratis teilnehmen kann. Und im besten Fall, wenn jemand auf die Webseite kommt, eine Google Werbeanzeige sieht, darauf klickt, dann bekommst du als Webseitenbetreiber einen gewissen Klickpreis als Vergütung. Also Google nimmt sich beispielsweise einen Euro Klickpreis von dem Advertiser und schüttet dann 50 bis 70 Cent an dich aus. Das ist ungefähr so die Verteilung, dass Google 50 bis 70 Prozent weitergibt. Das ist also für manche Seiten durchaus ein lukrativer Einnahmenkanal, dass also mit Google AdSense einfach die Webseite etwas monetarisiert werden kann. Und ein sehr ausgefeiltes System. Das ist inzwischen wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich und selbstoptimierend und kann wie gesagt sehr erfolgreich sein. Ja, dann gehört zum Displaynetzwerk auch noch sowas wie Google Mail, also Gmail, dann natürlich die ganzen Apps. Also da kannst du im Prinzip in dem Kosmos von Google, kannst du ja eigentlich auf jeder Google Lösung oder was irgendwie mit Google in Verbindung steht, kannst du Werbung schalten. Ja, das sind also auf der einen Seite die möglichen Werbeplatzierungen, also wo Werbeanzeigen platziert werden können. Und auf der Seite, wie ich das Ganze dann aussteuern kann, hatte ich eben schon ganz kurz angerissen. Du kannst sagen, du möchtest auf bestimmten Webseiten, Google nennt das Placement, also bestimmte Platzierungen. Also das müssen nicht nur Webseiten sein, das können auch bestimmte Apps sein. Dort möchtest du erscheinen. Und sobald diese Webseite eben auch Teil im Google Displaynetzwerk ist, kannst du dann auch einfach diese Anzeige von dir dort schalten. Du kannst also wirklich explizit sagen, ich möchte auf der Webseite xy.de meine Werbeanzeige schalten. Das muss nicht immer unbedingt Sinn machen, vor allem dann, wenn du nicht irgendwie dort einzelne Webseiten eintragen möchtest oder immer abgleichen möchtest, ob verfügbar oder nicht. Sondern dann geht es gerne auch über Keywords. Also ich sage mal, das Simpelste ist, du nimmst deine bestehenden Suchkampagnen, nimmst die Top Keywords daraus und nutzt die dann eben auch für eine Displaykampagne. Also simpel jetzt vor dem Hintergrund, dass wir noch selbst entscheiden, was wir für eine Displaykampagne starten. Stichwort smarte Kampagnen oder smart Displaykampagnen. Da übernimmt Google komplett die Aussteuerung, aber das ist halt nochmal ein spezielles Thema. Auch da kommen wir dann später einmal dazu. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, wir legen selbst eine Displaykampagne an, dann ist das Thema Keywords und somit die kontextuelle Targetierung. Also, dass ich halt irgendwie Seiten haben möchte, wo es um das Thema Winterreifen geht. Das ist sozusagen eins der leichtesten und simpelsten Wege, mit den Top Keywords aus der Suche zu arbeiten. Ja, Google ordnet das dann thematisch zu und erkennt eben, wenn eine Webseite irgendwie das Thema Winterreifen oder sehr ähnliche Themen behandelt. Apropos Themen. Google erkennt eben auch, was für ein Thema dieser Webseite behandelt und wem oder welchem Thema diese Webseite zuzuordnen ist. Google hat da einen Katalog von knapp 800 Themen und du kannst dann auch sagen, du möchtest jetzt eben nur auf Webseiten Werbung schalten, die das Thema Automobil behandeln. Ja, also alle, die sozusagen sich rund um das Thema Auto drehen. Das Ganze kannst du meistens auch noch sehr stark unterscheiden. Du kannst also sicherlich auch auf das ganze Thema Reifen nur gehen innerhalb von dieser Kategorie Automobil. Ja, und dann sucht Google eben nur Webseiten heraus, die dieses Thema behandeln. Dann, sehr interessant ist das Thema Interessen und Remarketing. Das ist also dann nicht Placement bezogen wie die Themen, sondern das ist jetzt wirklich Nutzer bezogen. Und ich hatte das in einer vorherigen Folge schon mal kurz angerissen. Wenn du ein Google-Konto hast, ja, und das haben ungefähr 50 Prozent aller Internetnutzer, haben ein Google-Konto. Spätestens dann, wenn du ein Android-Handy hast oder wenn du ein Chrome-Browser benutzt und da irgendwie was synchronisieren möchtest und dich mit dem Konto eingeloggt hast. Oder wenn du ein Google-Ads-Konto hast oder ein YouTube-Konto, dann hast du per se auch ein Google-Konto. Und mit diesem Google-Konto bist du dann im Internet unterwegs und alles, was du suchst, was du bei YouTube hier anschaust, an welchen Standorten du unterwegs bist, nutzt Google dafür, um sogenannte Preferenzen und Interessen von dir als Nutzer zu ermitteln. Ja, das ist sehr ähnlich zu Facebook. Auch Facebook hat sogenannte Ad-Settings. Auch die nutzt Facebook natürlich für die Targetierung. Also ist das Mann, ist das Frau, welche Altersgruppe, an was ist der Mann oder die Frau interessiert. Und als Werbetreibender kann man eben dann das Ganze auch targetieren und die Zielgruppe so raussuchen. Ja, und wenn wir mal bei Google Ad-Preferences eingeben oder Ad-Settings oder im Deutschen ist das der Anzeigen-Vorgabe-Manager, also langes Wort, aber das ist sozusagen die deutsche Übersetzung, dann kommst du auf eine Seite und wenn du eingeloggt bist mit deinem Google-Konto, dann zeigt dir diese Seite eben auch sofort an, wie deine Werbung personalisiert ist. Ja, und ich lese da einfach mal vor, was ich jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm sehe. Google denkt, ich bin männlich. Das passt. Google denkt, ich bin 35 bis 44 Jahre alt. Das passt auch. Also die Daten kommen teilweise auch dann aus anderen Produkten. Bei YouTube gibt man, meine ich, auch das Geburtsdatum an. Da hat Google natürlich dann sofort wirklich das exakte Alter. Nichtsdestotrotz sind das immer in so 10-Jahress-Schritten dann halt einfach die Altersgruppen unterteilt. Ja, und darunter steht dann, an welchen Firmen bin ich aus Google-Sicht interessiert. Und da ist jetzt sowas hier bei wie Christoph Mohr, Damcon GmbH, Microsoft, Eurowings, Booking.com, GetMyInvoices, Roller GmbH, Airbnb und so weiter. Dann sind hier auch viele dabei, die einfach durch meine alltägliche Arbeit hier mit reinrutschen. Also da kann Google natürlich dann nicht immer genau unterscheiden, bin ich da jetzt in Person wirklich interessiert oder ist das irgendwie beruflich bedingt. Wenn du aber, und das wird wohl häufig der Fall sein, ein eigenes Google-Konto für deine private Nutzung hast und ein Konto für deine geschäftliche Nutzung, dann ist das natürlich viel leichter für Google auch zu unterscheiden. Ja, und dann habe ich weiter unten eben noch bestimmte Themen, an denen ich interessiert sein soll. Android-Betriebssystem, Apple iOS, Backwaren, warum auch immer an Backwaren, Berlin, Baden-Württemberg, Volumen. Was haben wir hier noch? Das ist eine Menge. Ich suche mal ein paar Sachen raus, die ganz interessant sind. Elternstatus, auch das ist eine Sache, die kann man im Google Display-Netzwerk targetieren. Wenn also Google erkennt, der Mann oder die Frau ist Elternteil von einem oder mehreren Kindern, dann wird das eben auch bei Google als demografisches Merkmal hinterlegt. Und das können dann auch Werbetreibende nutzen, die zum Beispiel nur Baby- oder Kinderprodukte halt vermarkten. Für die macht es natürlich keinen Sinn, wenn Google erkennt, okay, derjenige ist Single und hat eben noch kein Kind. Insofern ist auch das ganz interessant. Ja, sonst habe ich hier schöne Kombinationen, Fast Food und Fitness. Fußball, Glückwunschkarten, Handys, Hausautomatisierung, Lautsprecher, gut, Motorräder zum Beispiel, das kommt wahrscheinlich auch durch den Kunden mit rein, bin jetzt kein Motorradfahrer, bislang zumindest nicht Shopping, Schulen, Klassenzimmerbedarf, Musik und so weiter und so weiter. Ja, also das kannst du sozusagen hier nachschauen. Du kannst, wenn du möchtest, einzelne Kategorien auch hier deaktivieren. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, Glückwunschkarten und andere Karten, das interessiert mich eigentlich nicht, das deaktiviere ich. Dann kriege ich dafür jetzt auch erstmal keine personalisierte Werbung mehr. Wenn du generell nicht möchtest, dass deine Werbung personalisiert ist, dann kannst du auf dieser Seite auch oben so einen kleinen Reiter deaktivieren und damit hast du dann die personalisierte Werbung für dich deaktiviert. Das bedeutet natürlich nicht, dass du gar keine Werbung mehr siehst, sondern du bekommst eben keine auf dich und auf deine Interessensgebiete zugeschnittene Werbung mehr. Ja, also das ist sozusagen da der Hintergrund. Ja, und mit diesen Daten bin ich ja mit meinem Google-Konto und dem Browser halt unterwegs. Ich suche auf Google, ich besuche Webseiten und wenn auf diesen Webseiten dann zum Beispiel Google AdSense Werbeplätze sind, dann läuft das sogenannte programmatische Bieten auf mich als Nutzer von allen Werbetreibenden, die also interessiert sind an dem Thema der Webseite, an mir als Person mit Interessensgebieten oder demografischen Angaben, an meinem Standort, auf dieser Webseite und so weiter, je nachdem, was der Werbetreibende halt targetiert hat. Und dann läuft das durch ein Auktionssystem und dann wird die Werbung entweder geschaltet und ich sehe sie als Nutzer oder ich als Werbetreibender belege vielleicht den zweiten oder dritten Platz und werde dann ein Displaynetzwerk eben nicht ausgeliefert, sondern nur der sozusagen den größten, höchsten Anzeigenrang hat. Genau, zum Anzeigenrang kommen wir übrigens dann in der nächsten Folge. Das erkläre ich dir dann vor allem für das Suchnetzwerk, wie eigentlich berechnet wird, ja, wie oder welcher Werbetreibender auf Position 1 steht, auf der 2, auf der 3 und so weiter. Genau, ansonsten im Displaynetzwerk hatte ich dir dann eben schon vorweg gegriffen. Ich habe hier als letzten Punkt noch, dass natürlich demografische Merkmale auch eine Targetierungsmöglichkeit sind. Ja, und dann habe ich im Prinzip hier fünf aufgezählt, nämlich die Placements, die Keywords, die Themen, Interessen und Remarketing und demografische Merkmale. Und ich kann mir nur eins davon heraussuchen. Ich kann auch, wenn ich möchte, alle miteinander kombinieren. Also ich könnte sagen, nur Frauen zwischen 35 und 44 Jahren mit Interesse am Thema Mode auf bestimmten Webseiten, die ich dann eben noch mit angebe. Ja, und dann würde halt wirklich, dass nur den Nutzern und auf den Webseiten ausgespielt werden, die auch dann von mir in der Kampagne, ja, entsprechend targetiert werden. Genau, das also als große Unterscheidung zwischen Suchnetzwerk und Displaynetzwerk. Natürlich gibt es da immer wieder mal so gewisse Verschiebungen und gewisse Innovationen. Ich werde dir natürlich auch immer wieder Updates geben, wenn es einfach zum Beispiel neue Kampagnen-Typen oder Untertypen gibt. Wie eben schon angedeutet, gibt es zum Beispiel die Smart Display- und Smart Shopping-Kampagnen, wo du dir gar keine Gedanken mehr über die Targetierung machen musst, sondern nur über deine Ziele. Ja, und Ziele ist auch eine der nächsten Folgen, ist ganz, ganz entscheidend, bevor du überhaupt loslegst oder diesen Kanal wirklich weiter, ja, vorantreiben möchtest und da ganze, deine Kampagnen ausbauen möchtest, solltest du natürlich Ziele festlegen. Dazu kommen wir dann, wie gesagt, auch in der vermutlich übernächsten Folge. Ja, dann war es das für diese Folge und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und viel Spaß beim, ja, einfach nochmal vielleicht nachschauen oder auch einfach deine Ad-Settings mal kontrollieren. Es ist meistens sehr interessant, wenn man sieht, wie Google einen eigenschätzt und wie zutreffend das oft ist. Alleine schon von den demografischen Merkmalen her, ist das auch von den Interessen meistens wirklich sehr zielgerichtet. Ja, insofern viel Spaß, wenn du das für deinen Account auch einfach mal dir anschaust. Dann bis die Tage. Ciao. Ciao.